So, ähm, nachdem ich ja Österreicher bin und so ein armes kleines Land sind. Eine Runde Mitleid! Ich denke, ich bin natürlich auch draußen bei DSDS gewesen und hab mir gedacht, was könnte ich denn machen auch für meine Landsleute da? Und was könnte es denn da Geileres geben als Falco?